Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Pferdenarbeit. Ich bin Ute Falsche und trainiere seit 20 Jahren Pferdenhunde. Die Videos zeigen reale Trainingssituationen, mal gelungene und auch weniger gelungene Sucharbeiten, die gleich besprochen werden. Das Wissen, das ihr für das Pferdentraining benötigt, könnt ihr in meinem Buch nachlesen. Also alles über das erste Suchfeld bis hin zur Prüfungsvorbereitung, Tipps zur Gesundheitsvorsorge und auch viele Lösungsansätze für auftauchende Probleme. Aber nun genug der Vorräte, jetzt geht es in die Praxis. Als erstes soll der Hund das Hörzeichen Such lernen. Das bedeutet für ihn, dass Futter auf dem Boden liegt, das er fressen darf und er lernt, dass das Futter nur dort liegt, wo der Boden etwas anders riecht, weil wir ihn zuvor betreten haben. Eigentlich eine ganz einfache Übung. Aber ihr werdet staunen, wie viel mehr der Hund bei dieser Übung lernen kann und auch der Hundeführer, aber eins nach dem anderen. Zuerst treten wir auf einem Acker ein Rechteck oder einen Kreis komplett aus, je nach Größe des Hundes ca. 1,50 m x 1 m. Dann verteilen wir Futter im gesamten Rechteck, das der Hund besonders gerne mag und ohne zu kauen frisst. Im betretenen Boden beginnen nun Zersetzungsprozesse, die der Hund später beim Suchen riechen kann. Nach mindestens 15 Minuten hat sich der Geruch soweit entwickelt und wir beginnen die eigentliche Sucharbeit. Wir beginnen mit einem Anfangsritual. Dazu setzt sich der Hund links neben den Hundeführer in die Grundstellung. Dann gehen wir mit unserem angeleinten Hund ins Suchfeld. Wir zeigen dem Hund das Futter und loben ihn, wenn er den Kopf unten hat und frisst. Dazu geben wir immer wieder freundlich das Hörzeichen Such. Und immer wenn der Hund die Nase unten hat und intensiv sucht, loben wir ihn und geben immer wieder das Hörzeichen Such. Bevor der Hund die letzten Futterbrocken gefressen hat, nehmen wir ihn mit Hilfe der Leine aus dem Suchfeld heraus und loben ihn freudig. Während der Übung halten wir die Leine locker, auch wenn der Hund eventuell das Suchfeld etwas verlässt. Und hier ein Suchfeld mit einem sehr sehr jungen Hund, der noch keinerlei Hörzeichen beherrscht. Das heißt die Grundstellung ist nur so ein bisschen mit einem Leckerli hinzubekommen. Das muss sich im Laufe der Zeit einfach entwickeln. Und dann geht es in das Suchfeld. Ihr könnt natürlich auch außerhalb vom Suchfeld stehen bleiben. Aber wenn ihr in das Suchfeld selber mit hineintretet, dann seht ihr genau welche Leckerli der Hund aufnimmt. Und habt ihn auch besser unter Kontrolle. Ja und jetzt sucht der kleine Wicht. Sucht, sucht, sucht. Es vergehen einige Minuten. Deshalb machen wir hier einen Cut. Und jetzt ist der Schluss hier. Es sind noch Leckerli im Feld. Aber wir nehmen den Hund an der Leine aus dem Feld heraus, sodass er noch weiß, dass er noch jede Menge Leckerli. Und wenn ihr euren Hund hinter euch herzerren müsstet, dann tragt ihn lieber aus dem Suchfeld heraus. Das wäre der ideale Ablauf der Übung. Aber was tut ihr, wenn es nicht ideal läuft? Am besten überlegt ihr dann, warum der Hund sich gerade nicht ideal verhalten hat. Und passt das weitere Training, also die nächsten Suchfelder, dem Hund an. Und hier das erste Problem. Der Hund hebt seinen Kopf beim Suchen. Natürlich können wir es ihm einfach verbieten. Aber hier der kleine Jack Russell Mix steht ja am Anfang der Ausbildung. Und er soll von sich aus intensiv und begeistert suchen. Was also tun wir? Zunächst einmal das Futter wechseln. Beim nächsten Suchfeld sollten unterschiedliche Leckerli im Feld liegen. Und dann muss man ganz genau beobachten, welche Leckerli er bevorzugt. Und mit diesen dann das nächste Suchfeld auslegen. Vielleicht lenkt auch zusätzlich die Umgebung zu sehr ab. Ein kläffender Hund und die Autos im Hintergrund. Also legt das nächste Suchfeld in einem solchen Fall in ruhigeres Gelände. Und auch hier im nächsten Fall hebt der Hund etwas den Kopf. Die Gründe sind aber andere. Hier kaut der Hund das Leckerli und hebt deshalb den Kopf. Logische Folgerung. Ihr müsst andere Leckerli suchen, die der Hund ohne zu kauen frisst. Wenn möglich. Manche Hunde kauen auch auf dem kleinsten Stück. Und wenn das Leckerli andererseits zu klein ist, hat der Hund zu große Schwierigkeiten, es aufzunehmen. Tja, dieses Problem hat dieser nächste Hund. Er sucht die Leckerli zwar intensiv, hat aber größere Schwierigkeiten, die Leckerli aufzunehmen vom Boden. Das wird später auf der Pferde das Suchverhalten negativ beeinflussen. Der Hund soll ja seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Suchen der Pferde richten und nicht darauf, wie er jetzt an die Leckerli kommt. Und es spricht auch nichts dagegen, wenn der Hund ab und zu mal den Kopf hebt, könnte ruhig äh äh sagen, das reicht meistens, oder ein deutliches Nein. Und ihm dann zeigen, was er tun soll. Ein Such nützt nichts, da er dieses Hörzeichen ja erst lernen soll. Also kurz zusammengefasst, im Suchfeld soll der Hund die Leckerli besonders gern fressen. Er muss sie leicht aufnehmen können und er sollte sie ohne zu kauen schlucken. Und dann noch eine Anmerkung zu einer häufigen Situation im Suchfeld. Der Hund verlässt das Suchfeld, aber intensiv suchend. Das ist durchaus erwünscht, denn nur dann lernt der Hund den geruchlichen Unterschied zwischen betretenem und nicht betretenem Gelände kennen. Die Leckerli liegen ja nur auf dem betretenen Gelände. Also bitte die Leine locker lassen und lasst euren Hund einfach suchen. Er kommt meist von selbst zurück, da nur auf dem betretenen Gelände die Leckerli liegen. Falls er doch zu weit vom Suchfeld weg ist, ruft er ihn zurück und zeigt ihm die Leckerli. Wenn er dann doch wieder aus dem Suchfeld will, sind es eventuell nicht genügend anziehende Leckerli und irgendwas in der Umgebung interessiert ihn wesentlich mehr. Dann brecht die Sucharbeit ab, sobald er das nächste Leckerli gefressen hat. Immer mit einem positiven Abschluss die Sucharbeit beenden. Die Beispiele zeigen deutlich, dass ihr beim Beobachten eures Hundes selbst viel über euren Hund und sein Suchverhalten lernen könnt. Beobachtet auch mal genau, welche Routenstellung euer Hund beim konzentrierten Suchen zeigt, welche, wenn er abgelenkt ist und woran merkt ihr, dass er müde ist. Und wenn ihr jetzt selbst ein Suchfeld mit eurem Hund absucht, denkt immer dran, den Hund, wenn er intensiv sucht und die Nase unten hat, loben, loben und ganz freundlich immer wieder Such sagen. Zum Schluss seht ihr einen Staffordshire Terrier im Suchfeld. Der Hund sucht sehr langsam, aber extrem intensiv. Und dann kann man machen, was man will, sogar durch das Suchfeld direkt am Hund vorbeilaufen. Der Hund sucht und sucht und sucht. Er lässt sich nicht mehr ablenken. Das gleiche Suchverhalten wird er später auch auf der Fährte zeigen. Aber jetzt habt ihr genug gesehen. Jetzt seid ihr dran und viel Spaß beim Training mit eurem Hund. Und noch ein kleiner Tipp aus der Praxis. Manche Leckerli werden von Insekten, Wespen, Ameisen stark bevölkert. Dann müsst ihr im Interesse eures Hundes lieber nicht ganz so hochwertige Leckerli nehmen, die der Hund nicht ganz so mag, bevor eine Wespe ihn in die Nase sticht oder eine Ameise. Dann sucht der Hund nämlich gar nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann schreibt auch, was euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr thematische Anregungen habt, dann lasst es mich bitte wissen. Die nächsten Videos gehen über den Aufbau der ersten Gerade, wie man Winkel legt und der Hund auch optimal suchen kann und die vielen weiteren Themen der Pferdenarbeit.